Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5016 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Was mache ich mit dem Springseil? Welche Übungen gibt es? Was mache ich mit dem Springseil? Welche Übungen gibt es? Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Ich spüre es in meiner Brust. Ich spüre es in meiner Brust. Ich spüre es in meiner Brust. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Was kann ich in dieser verfahrenen Situation tun? Was kann ich in dieser verfahrenen Situation tun? Was kann ich in dieser verfahrenen Situation tun? Mir gehen die Ideen aus. Mein neuer Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung. Mein neuer Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung. Hundefriseure müssen in der Lage sein, mit Hunden zu kommunizieren und sie zu beruhigen. Hundefriseure müssen in der Lage sein, mit Hunden zu kommunizieren und sie zu beruhigen. Auf Papas Schultern kann ich mir die Welt von oben ansehen. Das tut gut. Auf Papas Schultern kann ich mir die Welt von oben ansehen. Das tut gut. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Was möchtest du zu Weihnachten haben? Du darfst dir etwas aussuchen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.